1, 2, 3, 4 Ich grüße euch. Ich zeige euch heute den Rhythmus auf Zugebene. Den Rhythmus Hip-Hop auf Zugebene. Und zwar Zuge heißt, ihr spielt euer Grundswing ist der. Das machen die Hände die ganze Zeit. Und nun findet noch eine Verschiebung auf der Trommel statt mit Bessen und Höhen. Und zwar, ich mache den Rhythmus nochmal langsam. 1, 2, 3, 4 Okay, also jetzt gehen wir mal den Rhythmus durch, ohne die ganzen Zwischenspiele. Nur die Hauptschläge. Also, Haupthand, Nebenhand, Haupthand wieder höher. Nochmal. Noch einmal. Und das Ganze jetzt mit dem Zug. Und ihr merkt schon, es gibt auch Taps dabei. Das sind die Schläge, die stumm gespielten Schläge. Es ist nicht jeder Schlag, den ihr mit dem Zug spielt, laut. Sondern es gibt Taps dabei. Hört mal hin. Hier sind die Taps. Okay. Also, ich spiele den Rhythmus jetzt nochmal langsam in ruhig gehendem Tempo und werde dann etwas schneller. Und mache noch ein paar Variationen für euch rein als Inspiration. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß mit diesem tollen Rhythmus. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ja, da wünsche ich euch viel Spaß. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß. Viel Spaß euch. Ja, da wünsche ich euch. Ja, da wünsche ich euch. Dan setze. Ja, da wünsche ich euch, sehr viel Spaß. Ja, da wünsche ich euch. Ciao, ja, da wünsche ich euch. Vielen Dank.